Gezielt Muskeln mit Bodybuilding aufzubauen, das nehmen sich immer mehr Kunden von Fitnessstudios vor. Besonders schwer ist es dabei für die sogenannten Hard Gainer, denn sie nehmen ohnehin schwer zu. Auch der TV-Moderator Markus Thomas ist ein solcher Hard Gainer. Im Interview mit der Welt erzählt er, wie er es schließlich geschafft habe, Muskelmasse zuzulegen. Heute dokumentiere ich jedes meiner Trainings, sprich ich schreibe auf, wie viel ich wann gestemmt habe. Jedem, der Masse aufbauen will, rate ich, das zu tun. Seine Ernährung stellte er außerdem um. Als das Training einmal stagnierte, habe er aber auch zu Steroiden gegriffen. Die Nebenwirkungen waren drastisch, mein ganzer Rücken war voller Pickel, ich hatte Schweißausbrüche und schlief keine Nacht mehr durch. Gebracht habe ihm das Doping nichts. Markus Thomas rät stattdessen, Geduld zu haben. Es sei ein Prozess, das Ganze dauere nun einmal. Gehirn, der wird so schnell um. Gehirn, der wird so schnell geschnecht. Gehirn, der wird so schnell, stattdessen. Wegheir, mit der Hand, können wir so schnell, stattdessen, auf dem Gehirn colorshen wir uns immer wiederventud. Wir haben eine die Norde52-Moder, weil wir uns im Laden einschließen. Vielen Dank.